Liebe Mitglieder der TU Braunschweig, ganz viele fragen sich, wie Sie denn jetzt die nächsten Wochen gemeinsam auch mit Ihrer Familie verbringen können. Und wir haben ein paar Hinweise und liebe Frau Brinkmann, wie können wir denn die Winterpause sicher verbringen? Man muss sich einmal vergegenwärtigen, dass wir uns schützen können vor der Infektion. Und da reicht nicht nur eine Maßnahme, wie zum Beispiel das Impfen, da brauchen wir weitere Maßnahmen, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich stelle mir das gerne so vor, jede Maßnahme ist eine Käsescheibe und wir haben es mit einem Schweizer Käse zu tun, sprich die Scheiben haben Löcher. Aber wenn ich ganz viele von diesen Käsescheiben zwischen mich und das Virus stelle, dann ist das ein guter Schutz. Und diese Käsescheiben bestehen aus der Impfung, das ist eine ganz dicke Käsescheibe mit wenig Löchern. Und je mehr Impfung ich hatte, desto weniger Löcher habe ich in der Scheibe. Dann habe ich das Lüften, Abstand halten, die Masken tragen, ganz wichtig. Und zusätzlich kann ich mich ja auch noch testen und das haben wir nach wie vor. Die Antigen-Schnelltests detektieren ja auch die neue Omikron-Variante. Von daher, wenn man all diese Maßnahmen anwendet, kann man sich und seine Liebsten schützen und zusammen Weihnachten feiern. Im kleinen Kreis ist das auf jeden Fall möglich. Ganz, ganz vielen Dank und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine schöne Winterpause.